hey da was geht ab leute team abelt hier heute mal mit einer umfrage und zwar hat unser sponsor zombie zocker ja seinen eigenen shop und zu den tcg warehouse und er wird gern im august ein turnier veranstalten größeres und er ist sich noch nicht sicher was das für ein turnier werden sollte er hatte die überlegung dass es ein extravaganza turnier sein soll aber war sicherheit unsicher also für alle die es nicht wissen extravaganza ist dieses mit den verrückten regeln wo dann irgendeiner was rein schreit und dann auf einmal ändert sich alles deshalb eher so fan mäßig und deswegen war er sich auch unsicher wie das ankommen würde deswegen heute diese kleine umfrage was für turniere ihr gerne sehen würdet wohin ihr also auf welche turniere gehen würde hinfahren würde könnte gerne in die kommentare schreiben also ob es halt so ein fun turnier werden sollte so diese extravaganza ding oder ob es keine ahnung was competitive sein soll so display turnier oder konsolenturnier gibt es bei uns öfters vielleicht sowas oder dieses new geo ding oder er die format was auch immer einfach in die kommentare schreiben oder auf die facebook seite vom tcg warehouse gehen und dort ein paar ideen ein paar vorschläge hinterlassen link ist natürlich unten in der beschreibung einfach kommentieren paar vorschläge hinterlassen würde mich freuen ansonsten war es auch schon wieder wie man checkt unsere anderen videos abliken subscriben kommentieren und checkt unsere sponsoren ab und ciao